Yo, da sind wir wieder und ich bin wieder total behindert, sorry. Ah, eine Knache und Munition. Gefällt mir. Die Door ist jammed. Die Door ist jammed, okay. Darf sie ruhig sein. All side of the... Nein. Ich habe die Bibel. Ha ha ha. Sie haben mir das stärkste Märchenbuch gegeben, was sie mir geben konnten. Oh, mit dieser Fantasy-Story werde ich sie auseinandernehmen. Oh, it's a little. Äh, links. Das ist das Einzige, wenn ich gehe... Ach du Scheiße. Rechts? Geradeaus? Geradeaus? Rechts? Ab in die Bar, ja. Nein. Hallo, ich bin Barkeeper, gleich komme ich in die Bar. Bar. Höh, Bar. Nicht gelaufen. Ähm, gleich komme ich in die Bar rein. Links. Da geht es auch nicht weiter. Also doch, doch geradeaus. Schreck nach rechts in die Mason Avenue. Was ist hier? Ich will da rein. Okay. Heilige Macht der Bibel, helfe mir. Bibel, hilf mir. What jetzt? Da kam ich her. Da ist nix. Was ist hier? Da möchte ich jetzt eigentlich nicht gern rein. Kuckuck. Kuckuck. Cool. Wie unerwartet. Der Kaffeeschlüssel. Das war hier. Zack, zack, zack. Der Barschlüssel. Sonst war irgendwas hier drin, nö. Wie komisch ist es jetzt hier zurück? Ah, cool. Äh. Okay, ja. Ich hab's verstanden. Ich hab's verstanden. Ich hab jetzt Angst, dass ich wenig Escape drücke. Ich hab's verstanden. Ja. Ja. Wacke mich doch nicht ab jetzt damit, ey. Äh. Ja, ist ja schön. Ich hau auf Escape, auf Enter. Das, das. Das ist ja sehr schön für dich. Ja, cool. Soll ich mal das Ding abknallen? Ihr müsst verstehen, ich hab jetzt die Leertaste, die nicht funktioniert. Escape funktioniert nicht. Wenn ich auf die linke Maustaste hau, kommt das hier. Mit der rechten Maustaste ist das hier. Strick und Umschalt funktionieren nicht und... Alle anderen passen auch nicht. Ich bin auch froh, dass die Musik auch mal in die Fresse hält. Soviel dazu. Backspace funktioniert nicht. Nein, 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 nein. Thank God. Ich hab's jetzt gar nicht gemacht. What the fuck did I do that? Oh God. Ach, ich Idiot. Da links schon dicke, fat clothes. Ich Idiot. Ich bin so ein Idiot. Ja, ich weiß, Leute. Ihr habt euch wahrscheinlich schon ganz zu Anfang gesehen und habt euch gedacht, Oh, Idiot. Ja, ich weiß. Ich bin ein Idiot. Danke. Hey, hey. Wo bist du? Hey, 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 hey. Ich will dich abknallen, du Arsch. Elroy Street. Schüss. Bloch Street. Schüss. Yeah, I like a boss. Nix da, meine Lieben. Ihr könnt ein bisschen tot bleiben jetzt. Oh, du bist ja süß. Boom. Schwanzlitscher. Die Kirche. Die Kirche. Was gibt es in der Kirche zu sehen, meine Freund? Oh, Freund. Ich weiß Bescheid. Was mit den beiden? Wieso leben die? I had a little trouble getting here. Ja, ist ja kein Problem. Also, bin in ein paar Huse eingebrochen. Na, ein paar Hunde abgeknallt. Aber eigentlich ganz okay hingekommen, ne? Trouble? What do you mean? I don't think you want to know. Well, alright then. Hey, Jennifer. Gehen wir immer noch in den Park? Wie soll ich jetzt mehrere weibliche Stimmen machen? Ich kann das so hoch. You know? Ich weiß es doch, Mädchen. Die Gruppe sollte da sein, wenn wir ankommen. Irgendwer Neues? Nein. Immer dieselben Freunde. Diese zwei labern immer irgendeine Scheiße, wenn ich hier hinkomme. Mir... Es geht mir eigentlich nicht um Lisa, aber Jennifer. Luna. Ich denke, ihre Freunde führen sie in die falsche Richtung. Sie denken, ihre Freunde sind immer richtig. Und always schreibt man, glaube ich, nicht so. Egal. Und es ist so richtig, ihnen zu folgen. Voll dumm, wenn ihr mich fragt. Ich sage nichts über meinen Gesichtsausdruck. Hey, du hast wenigstens Wimpern. Hey, Michael. Willst du mitkommen? Fuck no. Komm schon, sei nicht so ein Wichser. Hey, ich will nicht mit dir rumdiskutieren. Aber wenn ich euch einen Tipp geben darf, solltet ihr beide davon wegbleiben. Wenn ihr wisst, was gut für euch ist. Aber, naja. Macht, was ihr denkt, was das Beste ist. Macht, was ihr mal wollt. Im Übrigen, ich muss mit Dahlia reden. Über die neue Situation in Town. Hallo, ihr habt laufende Zombiehunde in eurer Stadt. Und ihr redet darüber, in den Park zu gehen. Ja, hm. Was für Probleme haben wir noch in dieser Stadt? Hm. Zu wenige Mülleimer. Mr. Kaufmann, mir und Dahlia, wir wollen, dass sie mit dir arbeiten haben. Aber ich wollte sie gerade dasselbe fragen. Fangen Sie an. Nun ja. Wir haben in letzter Zeit ein paar Probleme. Mit den Ordensdienern. Was meinen Sie damit? Nun ja, die Menschen, äh, ja. Verhalten sich, äh, äh, careless. Äh, deutsches Wort dafür? Deutsches Wort für careless. Äh, unbedacht, unachtsam. Also, äh, to care about something. Wo man sich um jemanden kümmern, sorgen. Ein Kerl ist halt eben, na egal. Und, ähm, laufen draußen, äh, in den verbotenen Bereichen rum. Ich bin, äh, ich, ich muss so gehen, ich, ich glaube, dass ich nicht das Satz nicht übersetzen kann, weil ich, weil ich gerade im Kopf keine Übersetzung für I'm Afraid auf Deutsch kriege. Ich weiß, was das heißt, aber, ähm. Ich fürchte, dass einige der, der Diener, äh, ihren Glauben in, äh, in die Wiederkehr von Alessa so re-re-turn. Re-re-turn? Re-re-turn? Are you fucking kidding? Does anyone proofread this shit? Sorry, English. Ähm. Wir wissen nicht, was, was hier seit Neuestem vorgeht, aber wir müssen es rausfinden. Anything, Elise? Anything, Elise? Nein. Alles kahl. Nein, das wär's für euch jetzt. Sie haben gesagt, dass sie mit uns erwähnt. Something? Something? Kopftisch, ey. Äh, sie wollen wir uns über irgendwas reden, Mr. Kaufman? Ja, ich fürchte, die Sekretouren aus der Unterwelt. Jetzt kann er, jetzt kann er return richtig schreiben. Komm wieder. Ich denke, ich habe Alessas Geist in der Bar gesehen. Das ist unerwartet. Something ist falsch. Ist jetzt eine Disturbance, eine Kritik, eine Kritik, eine... Sind Sie sicher, dass Sie diese Sekretouren gesehen haben? Denn wir haben keine gesehen, als wir angekommen sind. Ja? Soll ich schon mal die 22.000 Milliarden Hundeleichen zeigen, die da draußen rum liegen, ey? Direkt wie ihr Sackgesicht, ey? Kaufmann, danke für die Warnung. Ich weiß, was ich gesehen habe. Oh, la. Ich denke, ich habe... Entschuldigung, aber ich muss gehen. Kaufmann! Bitte gehen Sie nicht doof, rutsch die Gegend rum. Travis, was hast du getan? Ich fürchte meine Träume. Off the ascending nightmare. Blablablabla. Oh, interessanter Scheiß. Bin ich wirklich der Einzige, der die Sekretou sehen kann? Something isn't right. Irgendwas ist falsch. Ich muss herausfinden, was in dieser Stadt vorgeht. Alessa, den jemand kennt, der mal den ersten Teil nicht gespielt hat. Was planst du? Round 3. Fight! Bestes Ending ever! Herzreißende Story. Also, super. Supi. Boah. Also, ich bete, dass Kult of Gaia auch noch den zweiten Teil requested, denn so viel Awesome, das hätte ich jetzt nicht erwartet. Faden Respekt, Leute. Und ja, ich weiß, ich war in dieser Folge ein wenig komisch mit dem Kommentieren. Entschuldigt. Ich bin aktuell ein wenig komisch gelernt, meine Lieben. Ich mache euch ein Angebot, was ihr nicht ablehnen könnt. An Halloween kommen drei. In Zahlen. Eins, zwei, drei. Besondere Specials, nur für euch. Das eine davon wisst ihr schon. Es ist Ex Mortis 2. Die beiden anderen Sachen sind eine Überraschung. Ebenso wie das neue Kanal Design, was ich gerade mache. Also, meine liebe Freunde. Wir sehen uns Halloween. Und vergesst nicht. Ich wechsle gerne zwischen Italienisch und Französisch. Nein, nicht vergessen. Wenn ihr irgendwelche Requests habt, werft drüber und zockt auf jeden Fall die richtigen Silent Hill Spiele. Die kosten zwar ein paar Euro, aber sind dann auch besser. Gut. Fanprojekt. Cool. Danke für den Request auf jeden Fall. Mal schauen, ob ich mir irgendwann den zweiten Teil davon antue. Auf jeden Fall. Haut rein, Leute. Und wir freuen uns alle auf Halloween. Bis dann. Euer Andi.